Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Quarft the World. Ja, letztes Mal, da haben wir angefangen uns hier ein bisschen weiter runter zu graben. Naja gut, weiter runter zu graben nicht, aber wir haben ja hier einfach mal einen Gang hier reingebaut und haben dann auch gleich wieder mal ein paar unserer Freunde gefunden. Naja. Ja, bestimmt eine allein macht nicht so viel Damage, aber wenn die dann ja alle zusammen sind, dann geht das richtig ab. So, einen Moment, ich muss mal kurz schnauben. So Leute, da bin ich wieder. So, eins, eins, zwei, drei, vier, fünf. Da müsste ich eigentlich eine Fackel hinsetzen, da ganz hinten ran. So, und hier nochmal ein Blöckchen. Und ich kann wieder neue Leitern quaften. Zehn Stück, na 20 Stück, damit ich richtig schön weit nach unten komme. Ach du Scheiße, die bauen doch Blöcke ab, okay. Okay, sehr interessant. Ähm, ja, wie kann ich den jetzt am besten alle da hinlocken? Was passiert, wenn ich den einen angreife? Kommen denn alle anderen auch? Ist ja ein bisschen scheiße. Oh, jetzt graben da schon zwei von den Viechern. Oh, oh. Oh, oh. Gleich haben sie es kaputt gemacht. Okay, da sind sie. Machen die viel Schaden, oder nicht? Fehlzwerg, Steuerung. So, dann haben wir das schon mal zu. So, jetzt baue ich hier einfach mal alles zu. Richtig doof. So, freigeben. So, dann baue ich hier jetzt nämlich in die rechte Seite mit rein. So, perfekt. So, dann habe ich hier wenigstens überall mindestens zwei Blöcke Abstand. Das heißt, dass wir erstmal sicher sind. Naja, so wirklich nicht, aber man hofft ja schon, dass man sicher ist, ne? Ich komme nicht durch. Wo denn? Da sollst du nicht durchkommen. Da ist bloß ein, ähm, ein Knochen. Hier brauchst du aber nicht einsammeln, weil da ist nämlich die Gefahr. Wie die hier mal hochklettern. Ich müsste hier mal das alles abreißen, hier diese ganzen Leitern. Dann kommen die nicht die ganze Zeit mal hoch. Haben die eigentlich weitergebaut? Ne, haben sie aber auch nicht. Okay. Oh, jetzt versuchen die schon wieder durchzukommen. Oh no. Wähle Zwerg. Guck mal, du kannst erstmal schlafen gehen. Du faulenst nur. Du faulenst nur. Du gehst in Lager. Du kannst jetzt auch schlafen. Alle, die wieder ein bisschen wenig Leben haben, können einfach mal ein bisschen faulenzen. Aber faulenzen nicht, aber schlafen. So, geht schon schlafen. Okay, ich glaube, jetzt habe ich wieder alle. Man, die sollen aufhören, hier alles abzubauen. Ich glaube, ich baue das nächste Mal einfach mal hier alles ab. Oh, werde ich ihn jetzt schon wieder angegriffen. Ah, da oben. Okay. Warum gräbt er denn, Herrgott? Da kann er einfach schlafen gehen. So, greift die mal an. Wie sieht es da unten aus? Da haben sie irgendwie aufgehört, einfach zu graben. Okay. Also graben die nämlich doch die scheiß Viecher. Die letzte... Ne, vor zwei Folgen habe ich ja schon gesagt gehabt. Hä, hat der gerade gegraben? Ne, hat er aber anscheinend dann doch nicht. Aber hat er nämlich doch gegraben. Also sag ich doch. Da muss ich dann irgendwie Bad Rock oder so hinmachen. Von Miene-Kraft. Bad Rock. Und das passt dann schon. Den können sie von mir aus da tausend Jahre draufkloppen. So, die laufen hier immer schön fleißig hoch und runter. Das können sie mal abbauen hier. Warum auch immer da ein Block fehlt. Achso. Hatte ich glaube ich aus Versehen Anvisiert gehabt. Ne, kann das sein. Dann machen wir da erstmal wieder einen Block hin. Vielleicht sieht der dann komisch aus. Wie die hier alles umgraben. Ich würde die am liebsten einfach mal killen, die Viecher. Aber dafür brauche ich erstmal hier die Bögen. Ich kann eigentlich mal noch ein paar Eisenspitzhacken machen. So, zwei Stück. Jetzt fehlt mir das Holz wieder. Okay. Ich habe gedacht, mir fehlt das Eisen. Aber mir fehlt einfach mal das Holz. Das ist richtig doof. So, was sagen meine Holzinseln? Ja, wie sind die denn nur so klein auf dieser Insel? Hier, die sieht schon besser aus. So, dann machen wir nämlich mal so. So, 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 so. Sching, sching. Ich werde angegriffen. Ja, es ist bloß eine Spinne. Gibt Schlimmeres. So, jetzt arbeiten die erstmal wieder alle, die ganzen Zwerge. Oh, wie cool das Portal jetzt aussieht, ne? Sagt das vorher schon so cool aus? Ich glaube, seitdem ich das als Mehrspieler-Portal gemacht habe, jetzt werde ich wieder angegriffen. Hä, heute hat er plötzlich auf den Anzugreifen, WDF. Dann geh schlafen. Zwerg. Guck mal, wie das aussieht hier. Eins, zwei, drei, vier. Okay, jetzt muss ich noch weiter. Ich glaube, einfach mal hier ein bisschen in die Richtung. Okay, geht irgendwie tausend Jahre in die Richtung. Perfekt. Einfach mal durch die halbe Map. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Okay, hier kann ich nicht mehr bauen. Scheint wohl so, dass da irgendwie was ist, ne? So. Wie sieht das mit dem Holz da oben aus? Sind sie damit durch? Jo. Sind sie. Das heißt, dass ich neue Spitzhacken machen kann. Acht Stück an der Zahl. So, jetzt habe ich hier wieder Ratten. Wenn man kurz mal nicht aufpasst, dann sind hier wieder alles voller Ratten. Alles voll. So. Weiß ja nichts Neues. So, doll, die trocken auch Fleisch. Okay. Naja, sollen sie machen. Dann gehen wir mal kurz nach unten und dann wollen sie wieder hoch. Lol. Hä? Was ist mit denen denn falsch? Das war irgendwie ein bisschen komisch. Sind runtergelaufen und dann sind alle wieder hoch. Die haben doch nichts eingesammelt da, oder? Ich hätte nicht drauf geachtet. Los. Irgendwie ist das Spiel gerade leise. Warum auch immer. Achso, okay. Ich habe hier bei mir... Waren die Lautsprecher irgendwie aus. Die haben sich automatisch ausgemacht. Boah, ich war also noch alles okay. Ein Glück. So, tötet man die ganzen Viecher? Nein, graben nicht. Stopp. Wede Zwerg, du solltest schlafen. Der schläft schon. Okay, warte, da ist nochmal eine Ratte. Habe ich gerade gesehen im Augenwinkel. Nein. So, hier können sie nochmal Wasser sammeln. In meinem Swimmingpool hier unten. So, du sollst schlafen. Warum gehen die nicht automatisch schlafen? Kann man sich einstellen, dass die ab... Wenn sie, weiß ich nicht, ein Herz verloren haben, dass sie dann nach dem Kampf schlafen gehen? Schlafen. Weil ich jetzt gerade an der Schmiede und da stand ein Graben. Als, äh... Ja, da steht Graben einfach mal. Loll, schlafen. Schlafen. Schlafen? Loll, haben die da oben wieder alles kaputt gemacht, oder was? Nee. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Aus... Hä? Warum will der denn nicht? Ausruhen, ausruhen, gehen, schlafen. Gut, okay. Aber was ist denn da unten los? Holy shit. Der gibt's ja erst unten alles weg. Ich grabe. Jetzt kann jeder eine Eisenspitzhacke bekommen. So. Wo ist das Essen? Ja, pass auf, hier ist das Essen. Du guckst dir an. Du guckst dir an. So. Guck mal, warum ist er hier nicht schlafen gegangen? Geh schlafen. Du sollst keine Ressourcen sammeln, du sollst schlafen. Ach, ich glaube, ich weiß, warum der eine nicht schlafen konnte. Weil hier, ähm, Wasser stand. Ich glaube, deswegen war das so. Schlafen, ja. Ja, genau deswegen muss das gewesen sein. Das war kein Bug. Das war einfach bloß, weil wir ein Swimmingpool hatten in unserer Basis. In dieser Aufnahmesession möchte ich, ähm, eigentlich auch noch hier meine Basis hier oben in der Luft bauen. Anfangen zumindestens. Und da brauche ich dann nämlich hier, ähm, solch, so einen Rübergang, dass die dann nicht von da oben, äh, wenn die angreifen, dann da runterfallen. Das wäre nämlich nicht vom Vorteil. Ich kann ja eigentlich damit schon mal anfangen. Komm mal her, Zweig. Steuer. Komm ich da durch? Ah, okay, wenn ich so mache. Nein. Okay, das war ein bisschen doof. Hä? Wie der einfach mal gar kein Leben verloren hat, okay. Ich habe gedacht, ja, ich muss hier zweimal drücken, ne? Ja, nun greif ihn an. Perfekt. Ja, super, jetzt ist der hier schon wieder fast tot. Geht er schon schlafen? Ja, geht er, okay. Jetzt habe ich hier oben natürlich keinen Zwerg mehr. Doch, da. Komm her, Zwerg. Aber ich würde sagen, das werden wir erst nächste Folge rausfinden, was ich jetzt da oben vorhabe. Naja gut, ich wollte ja alles drüber machen. Na dann, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.